IFT Rosenheim – Labor für Bauakustik Hier laufen die Vorbereitungen für die Schallschutzmessungen der druckentspannten Isoliergläser. Die Messung wird gestartet. Die Messergebnisse des IFT Rosenheim zeigen. Das Schalldämmmaß wird durch größere, druckentspannte Scheibenzwischenräume um bis zu 3 Dezibel verbessert. Ein gleich hohes Schalldämmmaß wird mit deutlich geringerem Glasgewicht erreicht. Für Dreifachisoliergläser werden Schalldämmmaße bis zu 54 Dezibel erreicht. Für den Bewohner des Gebäudes bedeutet eine Verbesserung von 3 Dezibel eine Reduzierung der Lautstärke um ca. 20%. Druckentspanntes Isolierglas bietet die Chance, ganz neue Produkte zu entwickeln. Grundsätzlich werden durch die Vergrößerung des Scheibenzwischenraums die Schalldämmung erhöht. Moderne Fenster- und Fassadenkonstruktionen haben heutzutage große Bautiefen, um einen guten U-Wert zu erreichen. Deshalb ist der Einbau von dicken Aufbauten, 70 mm oder größeren Isoliergläsern heute kein Problem. 4. Sunkardök 10. 10 x 50 Immediately 11.